Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Wir machen den Megamyts hinten, was? Ich brauche deine Hilfe. Boss, du bist in einer Höhle. Da ist nur Öffnung in der Decke. Benutz die. Okay, auf dem Weg. Ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Direkt über dir, Boss. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Ich bin gleich bei dir. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Ich bin gleich bei dir. Wenn Mia Miranda war, wo ist dann Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Muta Leaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamytsät. Alpha Anthem. Ich bin jetzt bei Megamytsät. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein Zweisprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem. Du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Das muss Mirandas Labor sein. Das muss Mirandas Labor sein. Spenser. Hier? Ich glaube es nicht. Okay. Okay. Nimm die Hände hoch! Amber Ice 4 Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott, du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mir? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mir? Mir Winters? Genau dir. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... Warte. Warte. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm. Hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Furt? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Was ist passiert? Was ist passiert? Ist da jemand? Kalt. Wie komme ich hierher? Gott, ist das kalt! Du... Scheiße! Mein Körper! Du bist so dumm. Evelyn? Wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine... Miranda... Sie... Nein! Ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du... Nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Fandest du es denn gar nicht komisch? Vor drei Jahren. Vor drei Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. Drei Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem... Scheiß! Du... solltest... nicht... leben. Fick dich! Was bin ich dann? Ich bin... Raus! Nimm mir! Ich. Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss. Meine Tochter. Du bist schon lange tot. Tot. Ich werde... Rose, nein. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lang war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß. Deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer... Was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan. Ich befürchte, du wirst nicht in deiner alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Blazüge. 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 Ja. Lasst mich in Ruhe. Einfach weiter. Ah, meine Eva, meine wunderschöne Tochter, komm zu mir. Eva, bist du es? Ah, ich habe dich so vermisst. Ah, was? Ah, meine Kräfte verlassen mich. Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Rose ist meiiin! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Mega-Mytheten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Rose, bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für ihn. Du weißt, was es bedeutet... Ich lasse dich nicht davon kommen. Ich liebe mein Kind! Wann? Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht dein. Das war's für dich! Jetzt stirb! Der Mega-Mytheten hat mich aus der Verzweiflung gerettet! Ihr unsachbare Macht verliehen! Ja, klar! Und dich komplett austicken lassen! Du weißt! D çekid. hin. D Danielle? Hahaha! Du kannst Frost nicht retten! Stirr! Und übergib dein ewiges Leben dem Megapyze! Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir den Weg hörst. Schlaß jetzt, Eve. Den Teufel werde ich! Stirb! 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 Ich werde meine Tochter wiedersehen! Ich verstehe deine Gefühle, Eve. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rose mit den Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen! Wundert Jahre habe ich gewartet. Wundert! Nur für diesen Tag! Ich kann jede Gestalt annehmen! Vogel! Bestie! Hexe! Sogar die denn? Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr! Sie... Sie ist meine Tochter! Du krankes Miststück! Ich mache meinen Traum wahr! Ich muss! Ich mache meinen Traum wahr! Ich muss! Du hängst mich nicht auf! Die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder! Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern! Schau mal, dass du... Du bist so lieb, aber gar nicht fähig! Das ist ein Ende, Ethan Winters! Ja! Nur um wirklich sicher zu gehen! Ver... Ah! T- Ohaah! Ah-hahaha! Ah! Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-ha-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Ah-h-h-hah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Meine Tochter! Meine Hilfe! Rose! Shhh! Alles gut, Rose. Alles gut. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan! Komm schon, Ethan! Wach auf! Oh nein! Chris! Ethan! Das war's! Es ist aus! Das war's wohl für beide von uns. Ethan! Wir müssen los. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf Rose auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf Sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht. Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Herr Schiff. Uh-Oh! Huh. Echt? Tja. Guck. Tja. 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 Rose! Rose! Los, los, spring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist! Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin! Nein! Wo ist er? Chris! Was? Was hast du getan? Er ist tot! Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen könnten. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Schönen, die Sommer travaill auffallen. Schönen, die Märes have rådten! Schönen, diebatte sind im Wunder. Schönen, die Tönen, dieienen gewandert. Die Stabilität nicht schnippen werden. In silence a voice called out to me. Oh, my son! Oh, my son! The dreams of this man Spring to joy As I walked Through the graveyard Dark Weaver Appeared with a dress In his arms, he'd said Good child We gave his dress To all I see Of her friends Onward I walked To a thirst Deep And mysterious And the fish king appeared I'm sorry Here's my fear It does You see One Hand flew I Approached An Iron Steak Adorned with gold And I cried What I found Mine 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 We We were We were Gly Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die Wüste-Landschaft blickt, wie es sich beim Bärenpflücken ganz allein im Wald verläuft. I know so wrong, because of you, I am who I am. I know so wrong, because of you, I didn't know to know who I was. And in the deep lands, I was lost an hour. I know so wrong, because of you, I am who I am. I know so wrong, because of you, I am who I am. I know so wrong, because of you, I am who I am. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020